hallo und willkommen zurück zu cyberpunk 2077 wir haben noch ein bisschen was zu tun in dem spiel ich habe tatsächlich es nicht lassen können und habe mich bisschen spoilern lassen weil ich ja natürlich mitbekommen habe hier gibt es verschiedene enden letztes mal haben wir ein ende von phantom liberty getriggert das unsere situation nicht arg verbessert hat und was natürlich noch aussteht ist ein schönes schönes gemetzeln mit arasaka zumindest würde ich mir das wünschen deswegen müssen wir noch ein bisschen nebenmissionen tun vor allem die mit rog und das werden wir dann jetzt auch tun ach so und read wird uns noch irgendwie kontaktieren habe ich mir auch angelesen nur dass wir noch mal mit dem reden da passiert nichts spannendes mehr deswegen steht die mission gerade noch dran aber ist prinzipiell abgeschlossen bei dem fahrt den wir gewählt habe den ich gewählt habe na gut johnny sitzt da noch mit einem gelben icon was ist denn mit dem los ok was haben wir für auswahlmöglichkeiten wo wusste alles erbaut aber alt fragezeichen du hast hier deine wiedervereinigung mit alt anders vorgestellt darauf wette ich oder du hast was du hast gedacht oder du hast erraten dass rog für die korps arbeitet wie hast du das gewusst you knew roger's running for the corpse but how corpse practically wipe the afterlife off this city's face this city's face rog was the last denizen standing who kept her a float out of the . that and the smasher thing rog said it herself prick was just the tip of the iceberg grayson newer knew she worked for smasher Boah, das macht Sinn. Okay. Die anderen Optionen... Gehen wir vielleicht auch mal durch. Boah. Wir haben die Wahl zwischen Du hast Dich auch verändert und Ah, hast Du gedacht, sie wird Dich direkt umarmen, wenn sie Dich sieht? Weiß zwar nicht, warum Du das gedacht hast, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Äh, wieder Optionen. Okay, die letzte gefällt mir. Die sprechen wir mal aus. So sieht's aus. Ich dachte, das wollen wir auch. Na gut, das reicht mir als Guten Morgen Gespräch mit Johnny. Äh, wie sollst Du mir gerade eine gute Nacht gewünscht? Ist egal. Achso, Missionsauswahl. Auch ganz wichtig. Was habe ich gesagt? Mission mit Rogue. Rogue, Rogue, Rogue. Blistering Lover. Das war das Call, Rogue und Ask her out. Okay, wir müssen sie jetzt nach einem Date fragen. Hoffentlich sagt sie ja. Vielleicht nicht ja, aber ja. Ganz cool. Tschüss, Johnny. Tschüss, Johnny. Na gut. Da müssen wir jetzt hin zum Abend. Ach, Wegpunkt ist wieder da. Ach, ich habe, glaube ich, hier eine Schnellreisestation. Mach mal doch das. Beim Afterlife ist ja auch eine. Bevor ich da wieder stundenlang im Fahrstuhl feststecke. Mach mal lieber eine kurze Schnellreise. Nach der Schnellreise. Also, werde ich ja eh skip. So, wir sind gelandet. Ich kann mich wieder bewegen. Das ist wunderbar. Was ich noch vorhin bei der Schnellreise, beziehungsweise bei der Questwahl gesehen habe. Wir haben Skillpunkte. Die muss man irgendwo für noch draufhauen. Ich baller mal meine Intelligenz hoch. Obwohl, bringt das überhaupt was? Ich habe ja keine Quick Hacks im Moment mehr. Ach, Mist. Dann bin ich eben nicht intelligent. Dann will ich aber zu cool sein. Immerhin. Vier Attributpunkte. Das reicht genau für die nächste Stufe. Rauf damit. Bringt ja eh nix. So, was können wir hier machen? Allow you to use this endvistan. Sandervistan. Kann ich nicht aussprechen. Wir können die Zeit anhalten oder Zeit verlangsamen, während wir fahren. Das klingt doch sehr schön. Fahre ich vielleicht nicht mehr in so viel Zeug rein. Uh, Level 1 plus 10% Headshot in Big Spot Damage. Her damit. Und Level 2 ist Unlocks, äh, schaltet den Fokus-Modus frei. Okay. Und wenn wir volle Stamina haben, schaltet der sich... Uh, wieso haben wir das nicht gleich gemacht? Genau, also wenn wir volle Stamina haben, schaltet der sich automatisch ein. Das ist doch schön. Also beim ersten Schuss, wie wir hier sehen, mit so einem Sniper-Gewehr, haben wir so ein bisschen, nicht Ballet-Time, aber so ein bisschen Ballet-Time, würde ich mal vermuten. Uh, minus 50% Stamina-Cost vom Fokus. Her damit. Und jetzt habe ich auch keine Punkte mehr. Naja, sei es drum. Auf. Auf zum Afterlife. Oder zum Warten, eher gesagt. Ich setze mich mal direkt auf deinen Schoß. Sehr schön. Schön warm hier. Ich glaub, mich piekst was am Rücken. Okay. Es ist jetzt Abend. Ah, sieht gut aus, die Kleine. Tja, ich... Ich geb mein Bestes. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Etablissement ist. Das würde ich auch gern machen. Bin ich richtig gefahren? Im Moment sieht's noch irgendwie danach aus. Soweit ich weiß, ist das die Wahrheit. Glaub, als Seelenfragment in einem fremden Gehirn kann man sich verändern. Ja. Das würde ich auch mal sagen. Bisschen Schwund an Verkehrssteuerungseinheiten ist immer. War ja nur eine Ampel und ein Licht. Den braucht man meistens eh nicht. So. Schön hier rumdriften. Vor allem irgendwie jetzt die Kurve, dann soll Rogue doch direkt zu uns fallen. Schön auf den Schoß. Wenn sie nicht angeschnallt ist. Und jetzt drücken wir sie an die rechte Außenscheibe. Das kommt an die Grenzen, was ich über Fahrphysik weiß. So. Jetzt ist sie wieder bei uns. Na gut. Wir haben's geschafft. Das sieht aber ein bisschen schäbig aus tatsächlich. Vielleicht ist es ja von innen netter. Äh, das versuche ich ja. Ach, sie ist ausgestiegen. Äh, darauf stehe ich aber nicht. Na gut. Also ich muss F gedrückt halten. Upsi. Ich hab's gerade immer mit so kleinen Mikro äh, Tastenbrücken probiert und war überrascht, dass das nach dem zehnten Mal auch nicht geklappt hat. Uh, Euro-Dollars. Nett. Achso, Messages. Oh. Ist irgendwo ein Code versteckt? Keine Ahnung. Irgendwas ist getriggert. Mist. Ah. Null, null, null. Den hab ich gar nicht rausgelesen. Use Code, null, null, null. Nicht blöd. Dankeschön. Zumindest die Snake-Automaten sind noch da. Ja, wo ist der Projector? Ah, oben wahrscheinlich. Deswegen stehst du hier. Dankeschön. Das hab ich selber rausgefunden. Oh, ich kann mit dir reden. Nicht? Doch. Nein. Ja, nicht. Äh, draufhauen, denk ich mal. Oh, was ist hier drin? Ein Trenchcoat. Na gut. Na gut. Du bist der Bus. viel spaß was für ein film ist das nicht schön hier das klingt gut her mit der das 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 Mensch Mensch, ich habe ein Händchen mit den Frauen. Naja, die Hand habe ich ja noch. Also, ich soll nur die Tablette nehmen. Ah. Ich glaube, der Titel der Episode heißt Sexuelle Frustration. Ich habe keine Ahnung. Es war eine schöne Nacht in der Tribune. Jetzt ist sie schlau, sie will nicht mir sagen, was sie. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Erinnerst du Greyson? Wie sie gesprochen haben? Wie es so witzig war? Äh, dunkel. Das Auto fährt ja nicht mal. Ah. Muss doch irgendwo wenigstens ein bisschen Loot für mich sein. Oder eine Schnellreisestation würde ich an diesem Punkt auch nehmen. Ohne Tarotkarte habe ich gerade hinter mir noch gesehen. Irgendwas noch hier drin. Sieht nicht so aus. Hier kommen wir dann raus. Wieso sind denn hier so viele Sachen, die ich scannen kann? So viele Lupen-Icons irgendwie. Auch der Minimap, falls ihr das seht. Muss ich hier was scannen? Hallo? So. Bushido-Poster. Das wird nicht der deutsche Bushido sein. Gibt es den überhaupt noch? Keine Ahnung. Vielleicht hockt er ja im Knast. Ich weiß es nicht. So, hier wird irgendwo was sein. Müssen wir hochklettern. Kletter, kletter, kletter. Der Lovers. Okay. Haben wir die zumindest auch eingesammelt. Ich glaube uns fehlen trotzdem noch eine Hand voll oder anderthalb Hände voll. Ist mir persönlich auch im Moment nicht so wichtig. Ah, Schnellreisestation. Dankeschön. Dann sind wir ja auf Knopfdruck gleich da. Und. So. Angekommen. Hier ist auch irgendwo ganz oben noch eine Tarotkarte. Wieso bin ich denn jetzt mit Hanako hier? Das ist doch die. Da geht es auf jeden Fall auf die Hauptstory zu. Ich sollte auch Johnny irgendwo hinbringen. Meet Johnny bei den Nordoaks sein. Ja, wieso? Der ist doch direkt bei mir. Aha. Bin ich falsch hingereist. Noch eine Schnellreise. Was zum. Glaub ich. Er hätte mir die Schnellreise sparen können. So. So. Jetzt kann ich mich bewegen. Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Da laufe ich nicht hin. Motorrad, komm her. Hui. Hui. Na komm schon. Boah. In der First Person View konnte ich das gerade nicht wirklich fahren. Deswegen. Schön. Das machen wir von außen. Dann sehen wir auch Jackie schönes Motorrad. So. Hoffentlich will der nicht auch mit mir tauchen gehen und sagen, dass er mich verlässt. So. 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 Why are we here exactly? Heard Kerry got himself a buck a mansion here. Done well. Where do you hear anything about Kerry? In and about town. Scream sheets are full of shit about him. Oh right. You weren't around. Mhm. Your big night out. So what? Wanna pay him a visit? Yep. Seems as good a time as any. You always did have some beef with him, didn't you? Me? No. He's the one who couldn't decide whether to fuck me or put me out of the band. Ich kann doch nie so schnell diesen entscheiden. Problem with Care was he had a dick. Meaning I wasn't interested. But he was missing the balls. Only posed as a rebel to fit in. I'm actually desperate not to step on any toes. Ah. Das bin ich auch. So I gotta headcarry's digs. Look around. Kritik the drapes. You know what they're writing about him? He's depressed. Attempted suicide. No. Das klingt nicht gut. Who knows. Either way. Could give him some pointers. Meaning you want to go in person. Gotta hand you the reins again. Yes. Behaved myself last time, didn't I? I think I warrant another furlough for good behavior. Das stimmt. Das hat er sich verdient. Okay. But I want to know what you plan to do. Nothing stupid. I promise. Just want to see how he's doing. How you plan to tell him it's you. Could be dealing with some real personal shit right now. Might not be the best time to mess with his head. Okay. Einmal einbrechen. Aber erstmal müssen wir hinfahren. So. Binden, binden, binden. Äh. Coolen Stunt über diese Leitplanke machen. Oder zumindest das Geländer. So. Iiii. Na komm schon. Gib mir Gas. Wir müssen ja irgendwie den Berg hoch kommen. Jetzt geht's bergauf. Mensch. Habe ich den Klang von dem Motorrad vermisst. Hier hat das wieder schön geschnattert. Oh. Was ist denn das hier? Oh. Ein Gate. Ich wusste es. Können wir klingeln? Wieso der Klingel? Äh. Keine Klingeln und kein Briefkasten hier draußen. Das ist doch dämlich. Äh. Ich schätze mal über den Felsen klettern. Broken. Ne. Das ist nicht gut. Mal sehen ob wir ihn entbrechen können. Das ist symbolisch. Da ist ein Security Bot. Noch ein Security Bot. Ich glaube ich sollte ihn nicht ausschalten oder? Iiii. Ja. Ganz nett hier. Ich zieh ein. Wie viel kostet denn die Miete? Ich hätte Wachen vorm Eingang aufgestellt. Das ist ein schöner Flamingo. Richtig prunkvoll. So wir müssen wahrscheinlich ein bisschen scannen. Uh. Gitarren. Muss ich jede einzelne scannen? Ne. Wieso. Mensch hier siehts ja aus wie in meinem Zimmer grad. Ich muss unbedingt aufräumen. Äh. Wow. Gib mir die Option dazu. Okay. Mmmh. Wie ein Fruchtgummibär. Wie ein Fruchtgummibär. wie ein Fruchtgummibär. ahhh. In diesem Fall zu verraten werden. Zu unterdrектор. just orderns. Na, erinnerst du dich? Ja. Was soll ich das wissen? Ah, anscheinend wusste ich es. In fast dem Körper von Johnny. Hey! Hey! Okay. Wern expecting me. I get it. Oh, fucking contraire. Been waiting 50 years to do that. Hahaha. She changed a bit. Sporting a new style. Trying to stay hip. Not looking all bad yourself either. Shit. Johnny. Oh man. I need a drink. Alright. Come on. Tell me. Why do you look like a small time klepto punk from the afterlife? Weil ich in seinem Gehirn sitze. This is V. Und mir gefällt dieser Bademantel. Shit. With Arasaka. Mornings, I recorded their studio. And evenings, Yori pops over for a little neighborly cookout. Hmm. And who'd you really sign with? MSM Records. Another pillar of society. Come on. Sit down with me. Tell me where you been all this time. Live here all by your lonesome? Nah. Got my cook, Ariel. But he's off today. Miguel. One of my... Not your biz, Chum. Sit down. Start talking. Snagit. For a long story. I just really wanted to be tragic. Sad as all fuck over all those years. Cause if I hear you spend them with the nomads. Open road when in your hair. Or cool and relaxed in orbit. And now if you want to buy the shit all over my life. Well I'mma lose my damn mind. Keine Sorge. Listen. Judge for yourself. Na gut. Zumindest muss man da nicht durchsitzen. Remember? The one damn time, Henry showed up sober and clean as a whistle. Uh huh. I'm played absolute tribe. At least Danny was happy. Oh, wieder so viel. Still in touch with the gang. Just Nance. Changed their name to Bes Isis. Works for N54 News. Was für ein beschissener Name. Could. Track down Denny and Henry if you want. Maybe. Get together. You know. Jam or something. Zieh dir erstmal was an. You want to bring Samurai back? I know. Could you. One gig. Play some dive where nobody plays us. I mean. Got my reputation to think about. All right. Let's do it. Fuck yeah. Okay. Send you Nancy's number in a sec. I'll go after Henry and Danny. Hmm. I'm not there. Figure it out with V. Sure. You two get along. Jaja. Hey. Ich dachte wir kommen gut miteinander klar. Autsch. Wieder voll aus Fressbrett. Johnny. You okay? No. Ah. So. You must be V. Johnny mentioned something like this might happen. You two have fun at least. That a hint of disapproval I hear? Just sit tight for a bit. Rest. Don't worry about a thing. The hell is this concert thing? Did you hear that? It's sharper as the pills wear off. So? Wanna see Samurai live? Probably won't get another chance. Auf jeden Fall. Okay. Call her Nancy. Fuck yeah. Nice. Willst du noch was von mir? Ah. Beautiful butterfly carry emerging from his silky samurai chrysalis. Hm. Ist doch ein schönes Portrait. So eins muss ich von mir auch malen lassen. Mit deutlich mehr Bauchumfang. Uh. Nancy? Uh. I mean. Uh. Bess. Bess Isis? No. This is her underpaid, underappreciated assistant. Steven. N54 News. How can I help? Wanna talk to Bess? She's not. Here. Calling from Carrie Uridine's residence. Cool. But Bess still isn't here. She was supposed to be back two days ago. One to the Totentons to shoot some stuff. Story on Maelstrom. Call back next week or just watch the news. Anything happens to her, I'll be the first to cover it. Was für ein geiler Assistent. Ja. Das Auto ist cool. Kann ich das auch fahren? Irgendwas an Loot hier für mich? Ja, die Scharte interessiert mich herzlich wenig. Nur die ikonischen Sachen interessieren mich. Huiiii. Sieht nicht danach aus. Read. Lose ends. We. I thought you should know. We secured Alex's body. She's coming home. I also left behind a small memorial for her at the columbarium. Given her service record in NC. It felt like the right thing to do. I don't know. Maybe you feel like visiting one day. Read. I am sorry about Alex. Truly. Und er antwortet. Wish I could say how long it will take before I can think of her and Zomni without my throat clamping shut. Till I only remember our time as partners, as friends. But my mind. It's still all static. That's the job. No. No. I have too much damn respect for Alex. For Zomni. Even for you to dismiss their lives so easily. One more thing. I was hoping you could have a word. Swing by the basketball court. You know the one. I'll be there. Das wird wahrscheinlich der Basketball court sein. Der Basketballplatz sein, bei dem wir ihm das erste Mal überm Weg gelaufen sind. Vielleicht können wir da ganz schnell noch hingehen. Hier ist eine Schnellreisestation. Da ist eine Schnellreisestation und wir müssen irgendwie da nach unten. Lasst mich mal kurz einen Wegpunkt setzen auf den in der Nähe. Ach, ist eh direkt beim Motorrad. Boah, was ist schon wieder mit der Beleuchtung. Hier backt wieder alles. Schlimmste vorbei. Gut. Mensch, da werde ich ja doch noch blind von. Select Destination. Davor hätte ich die Quest auswählen sollen, oder? Wäre gut gewesen. Ich glaube aber hier irgendwo, wo man Mauszeige ist, ist der Basketball court. Deswegen eine Schnellreise hier hin. Na gut. Und dann... Oh, ich werde gerade beschossen, merke ich. Sehr interessant. Egal, wir wählen trotzdem erstmal die Quest aus, bevor wir zurückschießen. Meet with Reed. Das klingt doch gut. Oh, ich werde nicht beschossen. Die beschießen sich gegenseitig. Achso, das ist nur eine Granate, die mir zeigt, wo die sind. Das war gar nicht die EMP-Granate, die ich irgendwann mal vor zwei Episoden auswählen wollte. Ist egal. Ei. Dann schießt man ja gar nicht in der Episode. Das kann ja auch nicht sein. Wir haben ja auch gesehen, was für uns tun. Sehr gut. Und da ist noch ein Sniper, der auf mich schießt. Keine Ahnung. Autsch. Der hat sich leicht bewegt, damit komme ich nicht klar. Viel leichter, wenn die einfach stillstehen. Alles gut bei euch? Scheint alles gut zu sein. Hier ist noch ein bisschen Loot. Oh, das war nur die Waffe hier. Auf zum Basketballplatz. Ja, mit dem coolen Zeug. Hast du noch was gesagt? Down looten? Kann ich auch gar nicht. Hey, was ist denn los bei euch? Okay. Da müssen wir niemandem helfen. Der ist nicht in akuter Gefahr. Dafür können wir, glaube ich, wegstecken. Und ich hoffe, wir kommen hier auch hoch. Obwohl der Wegpunkt anderer Meinung ist. Ja, das sieht gut aus. Da sind wir ja. Und da ist auch Reed. Hallo. Ah je. So fängt kein gutes Gespräch an. Grave look on your face isn't reassuring. Snipers perched somewhere. FIA picking off witnesses. Do you really think I need support if I wanted to get rid of you? I hate to break it to you. But you're no Morgan Blackhand. Try me. Versuch's doch. Woah. No holds barred huh? Wait I... We spotted it, here we are. Watching a ballgame, talking. Do you know why? Because you need my help again? Oh, das nehme ich als Kompliment. Oh. What exactly was I right about? V, I almost lost everything because of you. Fuck. Read. Don't talk. Just listen. I lost partners, friends. The trust of my superiors. Everything I believed in, got my life on, gone. In seconds. Gern geschehen. Ich hab's versucht. Read, I save so me. You know that. You were angry for some other reason. Maybe still are. Things slipped from your grip. You didn't get to make the final call. But know what? From where I'm sitting, that was for the best. That's why I said I think you were right. I got nothing to lose now. I might be able to gain something for once, though. All because of you. Or thanks to you. Not sure which is more fitting. So, what will you do now? Plans, schemes, what? Washington beckons. Likely for a stern audience with her majesty. Then relegation to a desk at Langley. Maybe scribbling on whiteboards, flipping through slides, feeding fresh recruits horse shit. Among other humiliations. Das klingt nicht gut. Er wird zwar ein guter Mentor sein, aber ich sag, mach mal lieber was anderes. Das klingt gut. Gern geschehen. Er ist immer nächstes Mal. Na gut, mach's gut. Was für ein trauriges Ende für die Episode und nochmal für Phantom Liberty. Ich glaube, danach können wir nicht mehr mit ihm reden. Genau. Aber, wie ich es gerade angedeutet habe, das ist genug für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.